Hey Michi, bist du schon soweit? Fast. Hallo, ich bin der Michael, der Zauberer. Wir haben heute eine kleine Zaubershow, wir zaubern am Tisch und auch eine kleine Zaubervorstellung. Ich muss nur noch schnell alles vorbereiten, denn gleich kommen die Gäste und viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.